Ich habe den gefunden, es ist ein weißer. Warte mal, stell dich mal da, wo ich bin, okay? Ganz ruhig, stell dich da, wo ich bin. Aber wie viel Uhr haben wir das am frühen Morgen? Könnte das ein Hubschrauber sein? Dann brauchst du dich reingehen. Was für welche Uhrzeit? Wir haben halb neun. Ich habe den durch die Wolken gar nicht gesehen, das ist ein weißer, ein schneeweißer. Der sieht schön aus, ne? Ein richtig schöner Hubschrauber, ein schneeweißer. Ich habe den durch die Wolken gar nicht gesehen, es ist auch draußen nebelig. Guck mal, es ist nebel draußen. Dadurch habe ich den nicht gesehen. Stell dich bei mir hin, bei mir. Kannst du dich neben mir hin? Nein, stell dich neben mir hin. Stell dich einfach bei mir hin, dann kannst du ihn besser sehen. Ich sehe die Lichter von dem Hubschrauber. Da guck mal mein Handy rein, dann weiß das. Guck mal mein Handy rein, dann siehst du die Lichter sehen. Siehst du die Lichter von dem Hubschrauber? Das ist ein weißer, ein schneeweißer ist das. Ganz schneeweißer. Bleib ruhig hier. Bleib ruhig hier, da kommt gleich, hol die Jacke. Behalte dich, Baba. Behalte dich, Baba. Da kommt er hier rüber. Du kannst ihn wieder bei mir hinstellen, dann kannst du es besser sehen. So, da kommt jetzt rüber, er macht jetzt ne Kurve, er macht jetzt eine Rechtskurve, er macht jetzt eine Kurve nach nach rechts, er macht jetzt eine Rechtskurve. Der macht jetzt eine Recht Kurve. Der macht jetzt eine Rechts kurve, der macht jetzt eine Rechts Kurve. der macht jetzt eine Rechts Kurve. Er hat jetzt eine Rechts Kurve gemacht, und da ist er das weiß! Der könnte man schlecht durch den Nebel ziehen, weil der weiß ist, der weiß ist. Ich konnte aber sehr schlecht sehen, echt. Der macht jetzt wieder eine Rechtskurve, der macht wieder eine Kurve rechts, wieder rechts. Kann man ganz gut beobachten, nimm mal. Der hat extra die Lampen an, wenn man ihn sehen kann. Wenn man ihn durch den Nebel und durch die Wolken sehen kann. Extra die Lichter Lampen an. Der ist schön, ne? Der ist schon lange nicht mehr geflogen. Der ist schon lange nicht mehr geflogen im Himmel. Der war schon im Himmel nicht mehr lange geflogen. Der war schon im Himmel lange nicht mehr geflogen. Der war schon im Himmel nicht mehr geflogen. Aber jetzt fliegt er wieder zum ersten Mal. Jetzt fliegt er wieder zum ersten Mal in den Himmel. Im Himmel flüchtet er, zum ersten Mal, jetzt flüchtet er wieder zum ersten Mal, jetzt flüchtet er wieder zum ersten Mal, Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020